ja jo leute und willkommen zu einem kleinen Info Video bezüglich des Ablobplans ja ich weiß guckt mal unten auf die website dann wisst ihr ja froh soll es erst mal an dieser stelle von mir jetzt auch mal persönlich im video weil ich glaube nicht alle haben mich im facebook und eventuell wird man noch ein bisschen draußen knallt es noch ja und ich bin jetzt auch ein bisschen wach ich habe keine ahnung ich war um sechs uhr oder so vorhin schon ein bisschen fast eingepennt aber in der hoffnung dass meine mutter mich wach macht bald nicht der fall weil ich einfach wachgeblieben bin und ja das ist das ist der Ablobplan ich habe goldenes ausgespüßt einfach kein bock mehr drauf tut mir leid aber ich weiß nicht ich habe irgendwie vorgenommen dieses jahr keine ich glaube gar keine goldenheit zu der sparen wenn dann ein angezeigt von dem gu next was kommt oder so aber sonst habe ich überhaupt kein bock mehr das tut mir jetzt an dieser stelle manchen leuten leid denn sie warten immer noch auf eine antwort von mir manche denken sich einfach nur ja das ist ein spaß ich habe keinen bock mehr auf den und der und jetzt ja warum es gibt einen grund ja der macht gar nicht mehr ich habe es noch nicht mehr vor aber ich meine es macht mir keinen spaß mehr wird ich finde die motivation ist halt nicht mehr da und ich habe kein bock mehr drauf ja egal hier seht ihr die anderen projekte sowie das vorher eigentlich auch so war nur halt das projekt und ist jetzt dabei ist und das kann man prüfen schon dass ein krankenmarkt vorbeifährt ich hoffe mal den Prozent ich hoffe mal den hört man sogar hier nochmal ab und zu dass sie sie mein kürzt weil wir so dass es die oder so was kommt ab und zu können es auch mal ziehen dabei sein ich weiß nicht auf jeden fall ich bin richtig fertig ich habe keine menschlauern soll auf jeden fall großen das jahr an euch genießt die zeit raus der welche kommt morgen oder übermorgen Video wo ich so alles erzähle was ich mir so vorgenommen habe oder ich erzähle sowas in Minecraft je nachdem ich werde heute überhaupt kein Video hochladen bis auf dieses hier da ich einfach heute nur noch aufnehmen will unter anderem Fifa weil ich da einfach wieder ein bisschen offener Material brauche Minecraft müsste ich auch aufnehmen und den FM auch Project Odyssey habe ich mindestens acht oder neun Folgen jetzt im Voraus aufgenommen da müsste ich sowieso noch eine neue drehen wo ich dann über das ganze im letzten was da so passiert ist berichten muss also das ganze zusammengefasst fassen muss und so und ja das soll so erst mal gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen obwohl die Uhrzeit jetzt sich gerade so dafür spricht ich bin halb kaputt ich habe keine Ahnung was ich tun soll und ja ich glaube das Video kommt jetzt gleich sowieso hoch ich überlege mal ich werde auf jeden Fall jetzt erst mal rendern haut rein was neu ist vor allem glückliches Jahr 2014 je nachdem auf jeden Fall haut rein ciao ciao